Herzlich willkommen liebe Gäste zu unserer Pressekonferenz nach dem ersten Heimspiel des HSC 2000 Coburg. Kurz zu den Fakten des Spiels. Wir haben heute vor 1976 Zuschauern gespielt. Endstand HSC 2000 Coburg, SGBBM, Bietigheim. Letztlich ein 33 zu 27. Ich darf recht herzlich begrüßen den Trainer unserer Gäste Hartmut Mayrhofer. Herzlich willkommen und unseren Coach Jan Gor. Das Wort gehört zuerst dem Trainer der Gäste Hartmut. Wie hast du das Spiel heute erlebt? Was waren deine Eindrücke? Guten Abend. Glückwunsch an Jan und den HSC zum verdienten Sieg. Wir haben den Anfang natürlich gleich verschlafen mit dem 1-4 aus unserer Seite. Wir haben dann gleich die Auszeit genommen. Dann haben wir uns eigentlich ganz gut ins Spiel reingekämpft. Man muss sagen, dass es Coburg hat ja sehr, sehr gut gemacht hat mit einer unheimlichen Präsenz und mit sehr, sehr viel Wucht. Wir haben das versucht, ein bisschen offensiver zu verteidigen, haben das in einigen Situationen gut gelöst. Aber in dem Moment, wo wir nicht hundertprozentig bei der Sache waren, haben wir dann das 1 gegen 1 verloren. Und da ist gerade Tobias Wawne hat das sehr, sehr gut gemacht. In der zweiten Halbzeit waren wir noch mal dran auf ein Tor beim 21-20. Haben es aber nicht geschafft, nochmal so ein bisschen richtig Coburg unter Druck zu setzen. Auch beim 26-24. Aber wir sind einfach nicht näher hingekommen. Ich glaube, dass unsere Abwehr nicht so war, wie wir uns das vorgestellt haben. Das war sicherlich heute der Knackpunkt. Und in einer gewissen Phase haben wir auch in der zweiten Halbzeit dann zu viele Bälle vorne. Gute Chancen, die wir rausgespielt haben, nicht verwerten können. Jan Kulaneck hat wirklich seine Sache sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und entsprechend hat Coburg verdient gewonnen. Dankeschön, Hartmut. Jan, der Tobias Wawne wurde angesprochen heute mit zehn Treffern. Aber auch der Flo Billig heute zehn Tore gemacht. War das auch ein bisschen der entscheidende Faktor, dass wir heute zwei Shooter hatten, die heute für die Tore gesorgt haben bei uns? Ja, zunächst guten Abend. Und Hartmut, vielen Dank für die Glückwünsche. Das war sicher einer der Gründe. Aber ich denke, es gibt noch mehr Aspekte zu dem Spiel. Von der Ausgangssituation her war es ja so, dass zwei Dinge klar dafür gesprochen haben, dass das heute eben alles andere als eine einfache Aufgabe wird. Das war zum einen natürlich der Gegner mit Bietigheim. Eine Mannschaft, die im vorderen Bereich der zweiten Liga einfach seit Jahren auch mitspielt und clever mit den eigenen Möglichkeiten auch haushaltet. Und zum anderen unsere Situation. Wir haben letzte Woche verloren, das erste Spiel in Bad Schwartau. Und das macht uns natürlich eine besondere Situation vom ersten Heimspiel. Das willst du unbedingt gewinnen. Und von daher hat man heute auch in unserem Spiel so ein bisschen Angespanntheit gesehen. In einem oder anderen Fehler, der aus so ein bisschen zu viel Wollen auch resultiert ist. Und da hat uns auch dieser gute Start alleine nicht ausgereicht. Was aber letztlich der Grund war, dass wir dieses Spiel heute für uns entschieden haben, war aus meiner Sicht, dass wir einfach viele Dinge besser gemacht haben als letzte Woche. Wir sind deutlich durchschlagskräftiger aufgetreten. Und da hat sicher Tobias Waffner auch einen großen Anteil. Aber insgesamt haben wir auch ganz gute Lösungen gefunden. Beispielsweise auch zum Schluss, als der Gegner uns nochmal mit einer ganz offensiven Deckung unter Druck gesetzt hat. Da war es sicher mutig, an dieser Stelle dann den jungen Benne aufs Feld zu schicken. Aber andererseits, dieses offensive System hat das auch möglich gemacht. Und mich hat sehr gefreut, dass er so kaltschneuzig und fokussiert aufs Tor, die 1 gegen 1-Duelle gesucht hat. Und das war für uns auch nochmal ein wichtiger Moment. Unterm Strich bleibt, dass wir sehr froh sind, unser erstes Heimspiel gewonnen zu haben. Vor, denke ich auch, wieder einer guten Stimmung in unserer Halle. Und jetzt können wir nach vorne schauen. Jetzt wartet die nächste Reise auf uns in Wilhelmshaven. Und da werden wir die Woche gut nutzen. Dankeschön, Jan. Gibt es Fragen von den Pressevertretern, die anwesend sind? Dem ist nicht der Fall. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, unseren Gästen aus Bietigheim eine gute Heimreise, kommt gut nach Hause. Und der Hinweis auf das nächste Heimspiel des HSC am 15. September. Das Topspiel gegen Balingen-Weilstätten. Würde mich freuen, wenn wir Sie da alle wieder begrüßen dürfen. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.